Light makes fast. Das ist das Motto der AdiZero Kollektion von Adidas. Und auch in der Sprintweb Longtide aus dieser Kollektion hat Adidas dies hervorragend umgesetzt. Auffällig sind natürlich die Sprintweb-Überzüge, die für mehr Körperunterstützung beim Laufen sorgen. Deine Muskulatur kann so effektiver arbeiten und du kannst entspannter laufen. In der langen Laufhose kombiniert Adidas seine Klammer Light mit seiner Klammer Cool-Technologie. So wird die Tide nicht nur leicht, sondern bietet gleichzeitig ein tolles Feuchtigkeitsmanagement. Vor allem im Bereich der Kniekehlen ist dies sichtbar. Also bleibe selbst bei intensivsten Einheiten cool. Die hautsympathische und elastische Faser liegt körpernah an, ohne dich einzuengen. So werden deine Bewegungen nicht eingeschränkt und du kannst ordentlich Tempo machen. Willst auch du dem Motto der AdiZero Kollektion folgen und von der Leichtigkeit der Sprintweb Longtide profitieren? Dann hol sie dir in deiner Runners Point Filiale oder bestell sie auf runnerspoint.com.